Häufig werden Wohnhäuser über Generationen hinweg weitergegeben. Dementsprechend ist Weitsicht gefragt, auch bei der Frage, wie heize ich. Die Heizung soll schließlich zukunftsfähig sein und der Energiewende gerecht werden. Die Lösung muss energiesparend und langfristig kostengünstig arbeiten sowie Langlebigkeit garantieren können. Heizen mit Holz kann all das, vorausgesetzt man entscheidet sich für eine Feuerung, die effizient arbeitet und qualitativ hochwertig ist. Ein Ofen gebaut aus Schamotte ist nicht nur effizient, sondern auch extrem hitzebeständig. Die hochwertige Schamotte der Wolfshöher Tonwerke trotzt häufigen Temperaturwechseln ohne dass Risse oder Dehnungsfugen entstehen. Mit höchstem Anspruch wird Wert darauf gelegt, dass jedes Produkt optimale thermische Eigenschaften, hohe Qualität und Langlebigkeit gewährleistet. Der gesamte Fertigungsprozess untersteht strengen Kontrollen. Von der Überwachung der Rohstoffe über die gemischten Massen bis hin zum gebrannten Produkt. Somit wird gleichbleibend höchste Qualität garantiert. An einem Ofen aus Schamotte hat man deshalb lange Freude. An einem Ofen aus Wolfshöher Schamotte häufig auch noch nachkommende Generationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017